Das neue RivaloveSmi Sortiment ist da und wir haben eine Menge zu besprechen, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Denn hier sind so viele neue spannende Produkte mit dabei, die ihr jetzt unbedingt kennen solltet. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut. Ich bin sehr sehr aufgeregt. Ich habe vor ein paar Tagen ein Päckchen bei RivaloveSmi abgeholt mit den neuen Produkten, die jetzt ins Standardsortiment kommen. Und wir haben hier wirklich Produkte, mit denen wir nicht gerechnet haben. Produkte, über die ihr euch definitiv freuen werdet und vielleicht den einen oder anderen neuen Favoriten. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten auch direkt mit diesem Video. Denn wir müssen mal gucken, was die Produkte so drauf haben. Ihr wisst es, ich bin ein riesengroßer RivaloveSmi Fan, weil sie einfach die Preise, ich weiß nicht wie sie das zaubern, aber sie schaffen es und die Sachen sind gut. Und wir haben hier wirklich so, so viele tolle Produkte mit dabei und ich bin sehr gespannt, wie die funktionieren. Und ich glaube, ich fahre gleich mit der Tür ins Haus. Es gibt euren Favoriten jetzt im Standardsortiment. Es gibt nämlich drei neue Primer. Und zwar haben wir hier einmal den Glow & Shine Primer mit Panthenol, Mandelöl und Glow Pigmenten. Den Mud & Poreless Primer mit Reisstärke und Hautperfektionierenden Pigmenten. Und ihr habt ihn euch gewünscht, jetzt ist er da, den Whipped Cream Primer. Den gibt es jetzt im Standardsortiment. Falls ihr nicht wisst, was das ist, diesen Primer gab es schon mal in einer Kollektion mit mir und ist jetzt im Standardsortiment. Heißt auch genauso Whipped Cream. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders drüber, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, euren Primer auch wieder zu bekommen. Auch wenn da nicht mehr Maxim draufsteht oder auch wenn der nicht mehr die Verpackung hat, wie er in der Kollektion hatte. Er ist jetzt im Standardsortiment erhältlich. Deswegen werden wir gucken, ob er wirklich so gut ist wie aus meiner Kollektion. Und auf der anderen Seite testen wir den Glow & Shine Primer. Ich starte auch mit dem Glow & Shine Primer, weil ich den natürlich auch noch nicht kenne. Der soll einen sommerlichen Glow hinterlassen und Panthenol die Haut hydratisieren. Pflegt geschmeidig. Okay, sieht spannend aus. Packaging ist sehr, sehr schön. Ich muss eh sagen, ich finde, dass Rival of Me das Packaging auch noch mal richtig krass abgesteppt hat. Kommt in so einer leicht beigigen Farbe. Hat einen ganz zarten Geruch. Und den trage ich mir hier auf der linken Seite meines Gesichtes auf. Ich sehe jetzt auch noch keinen Schimmer. Also das ist kein schimmernder Primer, sondern sehr, sehr zarter. Der ähnlich wie so eine Tagescreme ist. Fühlt sich wirklich gar nicht schlecht an. Ein Glow sehe ich jetzt noch nicht so stark, aber wir lassen ihn mal kurz einziehen. Auf der anderen Seite den Whipped Cream Primer mit Shea Butter, Kamille und Aloe Vera. Da freue ich mich natürlich wirklich ganz besonders drüber. Ja, 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 da haben wir ihn. Schaut euch das an. Super schöne Pflege. Der hat tatsächlich auch so einen leichten, oder er hinterlässt so einen leichten Glow. Zieht aber super schnell ein. Und ist perfekt, wenn ihr wirklich eine sehr, sehr trockene Haut habt. Wenn eure Haut oft spannt, ist das wirklich so ein Produkt, das versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und auch den ganzen Tag über. Also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Er zieht aber schnell ein und hinterlässt keinen schmierigen Film. Also ich habe ihn damals immer ganz gerne mit der Charity Tilbury Magic Cream verglichen, die ja auch sehr reichhaltig ist. Die Magic Cream hinterlässt aber einen Film auf der Haut. Der hier jetzt nicht. Der andere ist super schnell eingezogen. Ich sehe jetzt keinen krassen Glow. Finde ich persönlich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Deswegen machen wir einfach mal weiter mit der Base, oder? Ihr habt jetzt drei neue Primer. Unter anderem den Whipped Cream Primer. Schreibt mir unbedingt mal eure Favoriten von Rival Love Me in die Kommentare. Da bin ich super gespannt. Und ich weiß schon, dass das ein oder andere Produkt dieses Jahr noch rauskommen wird, was ihr lieben werdet. Die Foundation ist einmal eingearbeitet und den Concealer lassen wir einmal ganz kurz antrocknen. Denn es gibt drei neue cremige Produkte. Auf der einen Seite haben wir hier den Coverstick. Den werde ich jetzt nicht in meinem Gesicht benutzen. Aber ich darf auch nicht vergessen, dass die übliche Zielgruppe für Rival Love Me eher jüngere Mäuse sind. Und für die sind diese Coversticks immer ganz gut, einfach um sich mit Make-Up auseinanderzusetzen. Was ich damit immer ganz gerne mache ist, wenn ich punktuell eine Unreinheit habe. Ich habe hier beispielsweise seit Monaten dieses Ding. Dann kann ich da einfach ein bisschen rüber gehen und das abdecken. Das ist sehr mattierend. Das hat Zink mit drin und schützt. Und dann ist das Ganze ein bisschen abgedeckt. Im Gesicht als Make-Up. Make-Up würde ich das jetzt nicht unbedingt benutzen. Gibt es aber neu. Und es gibt auch einen Highlighter. Und der kommt hier in dieser Verpackung. Das ist ein Highlighter-Stick. So eine Form haben wir schon mal gesehen. In einer sehr schönen Champagner-Farbe. Cremige Textur zum Setzen von Akzenten. 7 Gramm sind mit drin. Ihr könnt den rausdrehen. Und ich trage mir erstmal so ein bisschen was auf meinen Handrücken. Das mache ich immer ganz gerne, um das Produkt einfach anzuwärmen. Ich sehe jetzt keine großen Schimmerpartikel, sondern es ist eher wirklich so ein Hauch an Glow. Und den kann man dann punktuell einfach nochmal so ein bisschen rübersetzen. Das Schöne bei den Produkten ist, die funktionieren auch eigentlich immer ganz gut, wenn man das Make-Up schon gesettet hat und es vergessen hat. Macht es aber nicht im Gesicht, sondern auf dem Handrücken für so einen ganz zarten Glow. Also es gibt euch jetzt nicht so einen glitzerigen Effekt, sondern einfach nur so einen schön gehighlighteten Effekt. Mag ich ganz gerne. Es geht halt immer super, super schnell. Auch gerade hier unter den Augenbrauen oder so, wenn es schnell gehen soll. Gutes Produkt, das kennen wir schon, aber ein Produkt, da bin ich super gespannt drauf. Und zwar gibt es jetzt die Cream Blush Palette mit 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Blushes, beziehungsweise 4 Blushes und 1 Ton ist so ein Topper, so ein Schimmertopper. Alle Blushes sehen recht matt aus, also haben keine Schimmerpartikel. Wir schauen mal, wie sie auf der Haut aussehen, weil manchmal sind cremige Blushes ja eher so ein bisschen reflektierend. Kommt in dieser klassischen Concealer Palette und hat keinen Duft. Sehr, sehr gut. Ich blende mal den Concealer aus und gehe auch direkt mit einem Blush Brush rein und starte mal mit dem Ton hier. Das ist so ein... Ich nehme ihn erstmal so ein bisschen in der Hand, ja. Sieht sehr gut pigmentiert aus. Und tupfe mir den hier einfach rüber. Puh! Uh, der ist natürlich super gut pigmentiert. Hat auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich bin ja ein Freund von etwas gemuteteren Blushtönen. Ihr habt aber auch so einen Pink. Und das sieht sehr spannend wie der Dior Blush aus. Auch mit so einem leichten Weiß-Blau-Anteil, der das Ganze nochmal so ein bisschen heller macht. Die Farbe, die ich jetzt benutzt habe, gefällt mir aber ganz gut. Ich will auf der anderen Seite mal den pinkeren hier nehmen. Und den gebe ich auch hier mit drauf. Sehr, sehr schöne, leichte, cremige Textur. Lässt sich schön in die Base einarbeiten. Dieser Glossy-Ton sieht aber sehr, sehr spannend aus. Den kann man dann tatsache so ein bisschen in den Blush mit reinmischen. Für so einen Highlighting-Effekt. Das gefällt mir gut. Der ist noch ein bisschen cremiger als die Blushes. Und sieht sehr, sehr wet aus. Ich gehe auch gleich so ein bisschen hier lang. Und über meine Stirn. Ich mag das ja immer ganz gerne, wenn es immer so ein bisschen sonniger aussieht. Sehr, 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 sehr schöne Textur. Sehr cremig, sehr zart. Was man machen kann, ist Creme-Blushes natürlich auch mit einem Puder-Blush-Toppen. Das machen wir auch gleich. Es gibt nämlich auch einen neuen Puder-Blush. Ich fixe hier aber einmal ganz kurz mein Make-up. Und dann geht es weiter. Schaut mal, ich habe hier diesen cremigen Ton und diesen Schimmerton genommen. Und das sieht dann richtig, richtig wet aus. Ohne, dass es zu intensiv ist, sondern sehr, sehr schön. Okay, wir haben auch noch ein Tauder-Blush. Das ist das Rouge-Pauder. Das kennen wir schon, aber jetzt in der Farbe Vivid Masala. Ein recht kühler Ton. Geht so ein bisschen in die bärige Richtung, aber recht kühl. Also kein leuchtender Ton. Und damit kann man natürlich auch nochmal hier so ein bisschen rüber gehen. Ich blende das gleich so ein bisschen in die Augen. Ich mag das ja ganz gerne. Sehr, sehr schöne Textur. Ich mag die Blushes gerne. Hier seht ihr auch nochmal einen Swatch. Also der ist schon kühl, auch wenn ihr dunklere Haut habt. Eine sehr, sehr gute Farbe. Einfach, wenn es ein bisschen intensiver sein darf. Oder schon Richtung Herbst gedacht. Für die Augenbrauen gibt es was Neues. Und das ist ein wundervolles Dupe zu den Anastasia Beverly Hills Brow Whisk Pencils. Augenbrauenstifte kennen wir schon in der Drogerie. Die sind jetzt aber noch, noch feiner. Kommen in vier Farben. Vier habe ich zumindest hier. Einmal in Light Brown, in Medium Brown, Cool Brown und Dark Brown. Hat hier eine sehr, 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 sehr feine Spitze. Und damit können wir uns perfekt Augenbrauen aufmalen. Das Video ist natürlich auch wirklich nur so ein First Impression, dass ich euch alle Produkte einmal zeige. Dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, was es jetzt alles Neues gibt. Und ihr könnt die Produkte auch dann ab jetzt in der Drogerie finden. Ihr kennt das Spiel. Es dauert immer, bis manche Filialen die Sache rausgestellt haben. Manche sind schneller. Manche brauchen ein bisschen länger. Der ist super präzise. Also wenn ihr euch gerne so ein paar Haare einmalet. Dafür sind die ja gemacht. Also die sind nicht, um eine komplett neue Augenbraue zu machen. Sondern um Pärchen reinzuziehen. Sind die wirklich genial, weil die eine so präzise Spitze haben. Ich kombiniere auch immer ganz gerne verschiedene Farben. Ich habe jetzt hier beispielsweise den dunkleren genommen. Damit arbeite ich lieber hinten. Und vorne gehe ich dann immer ein bisschen heller. Schöne Farbabgabe. Sehr intensiv, aber halt natürlich präzise. Nicht die ganzen Augenbrauen damit ausmalen. Dann ist ja nächste Woche leer. Sondern nur, um diese kleinen Härchen mit reinzuziehen. Jetzt wird es aufregend. Es gibt auch zwei neue Lidschattenpaletten. Wir haben einmal die Neon Lights Palette. Mit wirklich sehr intensiven, leuchtenden Farben. Perfekt, wenn ihr aufs Festival geht. Oder, und dafür finde ich diese Neon Paletten immer sehr, sehr, sehr gut. Um einfach Akzente zu setzen. Oder andere Paletten so ein bisschen zu erweitern. Denn die meisten Lidschattenpaletten sind thematisch ja immer aufeinander aufgebaut. Und haben dann manchmal aber kein krasses Gelb beispielsweise mit dabei. Hier haben wir eins mit dabei. Benutzen wir auch zum Teil. Die andere Palette, die neu ist, ist aber die Secret Garden Palette. Und die schreit natürlich schon wieder Maxim. Das ist so ein richtig gemutetes, etwas reduzierteres Grün-Braun-Töne. Und die werden wir miteinander kombinieren. Ich starte mit einem kleinen Blendepinsel und gehe als erstes in die Farbe... Ne, in der Neon Palette, glaube ich. In die Farbe Relevant. Und die presse ich mir hier oben erstmal hin. Nur, um schon mal so eine Guideline zu haben. Und gehe gleich in die Farbe Obsessed. Und die sieht intensiv aus. Und die blende ich hier außen schon mal mit rein. Und ja, die hat auf jeden Fall Bums. Und jetzt seht ihr auch, warum ich erst mit so einer leichten Farbe gearbeitet habe. Das ist ja das, was ich oft sage. Ich liebe es, wenn Paletten nicht sofort diesen Bums-Effekt mit drauf haben. Weil man dann einfach viel genauer und viel, viel einfacher ausblenden kann. Gerade, wenn man entweder nicht so geübt ist. Oder, wenn man einfach so eine faule Maus ist wie ich. Ich möchte nicht eine Stunde lang da sitzen und blenden. Sondern, wenn ich einfach die Farbe habe, auf dem Pinsel. Und dann schön zart ausblenden kann. Ist das doch schon super. Und oben gehe ich gleich in Far Away mit rein. Und jetzt können wir eigentlich im Prinzip die neue Natasha Denona Jucca Palette thematisch so ein bisschen kopieren. Die Paletten haben alle verschiedene Texturen mit drin. Wir haben Matte, wir haben schimmernde Töne. Wir haben Glitzertöne, wie beispielsweise hier. Aber wir haben auch so ein paar dieser geflagten Töne, die natürlich nochmal immer ein anderes Ergebnis erzielen. Ich mag die Farben gerade sehr, sehr gerne. Ich liebe ja Grün. Und aufs bewegliche Lied gehen wir in die Farbe Fave. Das ist ein sehr, sehr kühler Grünton, um das Ganze so ein bisschen abzumuten. Und, uh, krass. Der ist pigmentiert. Gehe damit auch gleich an den unteren Wimpernkranz. Sehr, sehr krasse Farbe. Ihr könnt natürlich auch den Finger nehmen. Ein bisschen mehr Farbabgabe. Aber, also, das ist schon extremst pigmentiert. Pinsel von eben, gehe nochmal in Obsess, das war dieses leuchtende Grün, und blende das Ganze schön zusammen. Und habe einen richtig schönen grünen Lock. Ihr könnt natürlich auch deutlich reduzierter gehen. Ich habe jetzt noch keinen Schimmerton benutzt. Ich glaube, ich gehe mal hier in die Farbe. Oh, krass. Fever ist so ein sehr leicht gepresster Ton. Sehr, sehr cremig. Ihr müsst ganz vorsichtig rein, weil der super cremig ist. Nur so ein Hauch an Farbe. Und ins Inner Corner Highlight, da können wir ein bisschen Gas geben wieder, setze ich mir auch hier wieder die Farbe Far Away. Sehr, sehr schön. Das ist intensiv. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, 4,99 Euro oder was kosten die? Na, also, das ist schon genial. Sehr, sehr schön. Du kannst natürlich viel, viel zartere Looks machen. Du musst jetzt nicht so intensiv gehen wie ich, aber ich wollte euch einfach mal die Alternative, farblich zumindest, zu der Yucca-Palette geben. Und das hat meiner Meinung nach sehr gut geklappt. Es gibt aber für die Augen auch noch was anderes. Und zwar haben wir hier einmal den Eyegloss. Der hat sehr, sehr grobe Schimmerpartikel mit drin. Den will ich jetzt nicht benutzen. Aber es ist gerade ein super trendiges Produkt, diese Mermaid Eyes. Also einen ganz, ganz zarten Lidschatten einfach. Und dann diesen Gloss so ein bisschen rüber. Der reflektiert schön. Ich mag sowas auch ganz gerne auf den Lippen. Für so einen schönen, schimmernden Effekt. Und es gibt auch hier wieder einen neuen Liquid Eyeshadow. Diesmal in der Farbe No Regrets. Das ist ein sehr schöner, pinkiger Ton. Die brauchen einen Moment, bis sie antrocknen. Haben dann aber ein echt schönes Ergebnis. Oh, wisst ihr, was ich damit machen will? Ich habe schon so viel Blush drauf, ne? Egal. Ich mag die ganz gerne als Blush. Hm. Nice. Kannst du auch mit dem anderen zusammen kombinieren. Und hast dann einfach ein super frisches Ergebnis. Die trocknen an und die halten, die halten den ganzen Tag. Wir haben noch Mascara. Und da bin ich ein bisschen gespannt. Es wird jetzt nicht zum Look passen. Aber ihr kennt es, bei meinen First-Impression-Videos geht es nie um den Look am Ende des Tages. Sondern erst mal um die Produkte. Und ihr könnt dann wie immer entscheiden, welche Produkte ihr nochmal genauer sehen wollt. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und dann mache ich dazu auch nochmal ein separates Video. Oder ihr seht es auf sämtlichen anderen Plattformen. Wir haben zwei Mascaren. Und die schreit schon. Vorher haben wir hier aber die Hyperlicious Volumen Mascara. Die sorgt für einen vollen und definierten Wimpernaufschlag. Die besondere Bürste sorgt für glamouröses Volumen und perfekt getrennte Wimpern. Einfach Hyperlicious. In der Farbe Black. Das Bürstchen ist oben so ein bisschen konisch. Also es läuft vorne ein bisschen schmaler zu. Und damit gehen wir jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Das ist ein sehr großes Bürstchen. Oh, die macht sehr, sehr viel Drama. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt durch diesen Look erkennen könnt. Aber die macht sehr intensive, lange, schwarze Wimpern. Auch ein bisschen dichter. Also die nimmt sich schon so ein, zwei Wimpern zusammen. Und packt die auch zusammen. Aber ist schwarz, ist tief. Es gibt aber was anderes. Da bin ich gespannt. Das könnte entweder genial sein oder der absolute Flop. Völlig egal. Es gibt eine pinke Mascara. Und die ist nicht nur ein bisschen pink oder ein bisschen zart. Sondern die schreit. Und die benutzen wir jetzt. Das Problem bei pinken Mascaren ist, dass man sie schlecht in der Kamera sieht. Aber was man damit machen kann, ist einfach so ein paar spannende Highlights mit reinsetzen. Also ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera sieht. Man sieht es. Das ist natürlich ein Gimmick. Oder man ist einfach so kreativ und sagt, okay, man liebt pink über alles. Dann kann man die auch sehr, sehr gut über eine weiße Base machen. Im Alltag würde ich jetzt keine pinke Mascara tragen. Aber ihr seht es. Die hat eine Farbabgabe. Und sieht. Ist schon spannend. Oder durch die Augenbrauen oder durch die Haare. Wenn man mal, weiß ich nicht, meine Schwester hatte mal, wollte unbedingt eine pinke Strähne haben. Gehst du durch ihre Haare und dann hast du eine pinke Strähne. Und kannst du abends wieder auswaschen. Ist süß. Für den Alltag würde ich die jetzt natürlich nicht benutzen. Aber ich trage jetzt auch nicht im Alltag jeden Tag eine pinke Mascara. Ich finde es aber cool, dass es das gibt. Ich würde mir die noch in einem Blau wünschen. In so einem richtig schönen Königsblau. Es gibt auch noch Eyeliner. Einmal in Braun. Das ist der Eyeliner Pen in der Farbe Chocolate Brown. Hat eine sehr, sehr gute Farbabgabe. Die ziehen auch recht schnell an. Und in der Farbe Midnight Sky ein Eyeliner Pen in Blau. Ich will jetzt nicht zu viele Farben benutzen. Ich ziehe mir jetzt mal schnell mit dem Braun einfach einen schnellen Liner. Das ist ein schönes Chocolate Brown. Ein sehr warmer Braunton. Nicht so schwarzbraun, sondern ein braunbraun. Der kommt dem Braun von Fenty schon sehr nahe. Der von Fenty ist ein bisschen heller, ein bisschen wärmer. Aber der ist richtig, richtig schön. Ich liebe braune Mascara, braune Eyeliner. Wenn es nicht so intensiv ist. Es ist ein bisschen alltagszockier. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wenn du schwarz hast und braun, ist Braun immer ein bisschen freundlicher. Oder wenn du einfach einen super zarten, schokoladigen Look haben möchtest. Ist ja gut. Schöne Spitze, super präzise. Auch der blaue ist krass. Aber wenn ich jetzt noch einen blauen Liner ziehe zur pinken Mascara, wird es viel. Ich habe jetzt auch nochmal das pinken Stück hier weggemacht, dass es nicht ganz so ablenkt. Noch weiter. Wir sind noch lange nicht am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr seid noch mit dabei. Aber jetzt wird es aufregend. Denn wir hüpfen einmal zu den Lippen. Und da gibt es auch verschiedene Produkte. Wir haben hier einmal die Juicy Smoothie Lip Glosse für verführerisch glänzende Lippen. Kommt einmal im Geschmack oder im Duft Grapes, also Traube, Erdbeere und Peach. Peach möchte ich mal probieren. Mh, riecht so wie Eistee. Hat einen ganz zarten Effekt. Nicht klebrig, sondern nur so einen Hauch. Also er gibt auch nicht viel Farbe ab, sondern nur so einen Hauch. Schmeckt gut. Ist ein süßes Produkt, um es mal schnell eben raufzugeben, wenn es nicht so intensiv sein soll. Aber dafür haben wir das noch. Und das schreit Maxim. Wir haben hier einmal den Lip Plumper in der Farbe Pearl. Ein wunderschöner, erisierender Ton mit einem extrem großen Füßchen. Das ist genial. Schaut euch das an. Ganz zarter, erisierender Look. Also nicht grob glitzernd, sondern einfach für Sonnen. Das sieht halt durch diese Schimmerpartikel super wet auf den Lippen aus. Soll auch ein Lip Plumper sein. Sofortiger Plumping-Effekt. Durchsichtbar vollere glänzende Lippen. Die aufpolsternde Wirkung des Glosses wird durch leicht kühlende, leicht prickelnde Inhaltsstoffe erzielt. Sehr, sehr schön. Fühlt sich gut auf den Lippen an. Aber es gibt noch einen Nulln-Lip Plumper. Und der klingt in so einem schönen, hellen New-Tone. Und dafür benutze ich erstmal einen Lip Liner. Und gehe dann mit der Farbe Rosewood rüber. Ich mag ja diese nuligen Töne. Das Füßchen ist genial. Das ist so groß. Damit kannst du dich, deine Mutter, deinen Vater und deinen Hamster noch mit einglossen. Krasser Effekt. Sehr, sehr schön. Hat gut Farbe. Trotzdem, das ist so ein... Das sind ja meistens so Glosser, haben ja immer nur so einen Hauch. Gibt aber schön Farbe ab. Und hat auch so ein... Ich weiß nicht, es sieht halt schon sehr wet auf den Lippen aus. Es war eine wilde Reise. Wir haben sehr, sehr viel in meinem Gesicht fabriziert. Aber das Endergebnis gefällt mir gut. Wir könnten natürlich jetzt auch noch die Kirsche auf die Torte setzen mit den Face Jewels, die es jetzt auch im Standardsortiment gibt. Das sind selbstklebende Gesichtssteinchen. Die kann man sich mal punktuell an Looks machen. Das wird mir jetzt definitiv zu viel. Aber ich glaube, ihr habt einen guten Eindruck davon bekommen, was es alles Neues gibt. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Produkte ich jetzt für euch nochmal genauer testen soll. Gibt es etwas, was ihr nochmal sehen wollt? Wollt ihr Informationen haben? Ich schaue natürlich auch in die Kommentare. Also schreibt mir gerne eure Fragen, Wünsche und Anregungen unten rein. Die Produkte sollten jetzt dann auch in den nächsten Wochen bei euch ankommen. Ihr kennt das Spiel. Es dauert manchmal ein bisschen länger. Manchmal ist es ein bisschen früher da. Aber das ist nicht so schlimm. Wir kommen alle an die Produkte. Ich bin sehr begeistert. Ich freue mich natürlich riesig für euch, dass es den Primer jetzt gibt. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns hier am Mittwoch schon wieder. Passt auf euch auf.